Oh, was ist denn hier los? Mensch! Da ist ja nur eins. Oh, da hinten brennt. Ähm, 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 ähm. Nee, warte mal. Ich rücke vor. So. Hier, der Feind ist hier. Und tschüss. Ah, kohlen Wasser, kohlen Wasser! Kohlen Wasser? Die KIAO ist... Hey Gott, das ist mich schon. Yay, 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 yay! Ey, Papa, das ist denn hier los? Ach, das füllen, habe ich nicht mehr los. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder mit Sabal. Da können wir sich da scheiß, was wir gemacht haben. Bla, bla, bla. Wow. Oh, jetzt. Ja, das war ein Schuss. Was ist denn hier los? 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 so ich nehme jetzt auch noch mit dann läuft es ja so da sind noch ein paar grüne blättchen aber erst mal hier rein es gibt es mir ja du bist eine dealerin und nichts anderes an wen erinnerst du mich noch ich bin wie pargan weil ich eine vision für kürat habe ich versuche nur uns aus deinem dritte weltsumpf zu ziehen das ist unsere geschichte unsere kultur unsere tradition tradition zum beispiel kleine mädchen verheiraten ist es das ist das dein großer plan für badra du es doch tue es einfach zeig ej was für ein mann du bist ich rechtfertige mich nicht jetzt ist nur dran immerhin da sind wir uns einig sie hatte gar keine wahl pargan hat nur dazu gezwungen er hatte ihre familie und wie viele familien hat sie getötet um ihre zu retten es ist egal warum sie es getan hat sie muss bezahlen wie jeder andere auch ich entscheide was mit nur passiert es wird immer lustiger die story wird hier echt immer lustiger die wird ein bisschen abgebretter wie ein adler oder wie hat die gärst habe ich dir je von nur erzählt das ist meine lieblingsgeschichte sie war früher ärztin eine barmherzige seele und kam zu einer hilfsaktion ganz zu anfang meiner herrschaft noch kürat und sie besaß die frechheit einen bericht über menschenrechtsverletzung durch mein regimen amt zu fertigen also habe ich sie später eingeladen zurückzukommen und sich die verbesserungen anzusehen ich lud ihre ganze familie ein und sie kam mit mann und kinder ich brauchte sie in einem palast unterorganisierte ein kleines meeting und fertigte eine powerpoint station an einen schritte plagen gegen menschenrechtsverletzung in kürat in wahrheit zeigte sie nur wie ich nur das leben zerstören würde Paul de Blur nahm ihre familie als geisel und ich brachte die große menschenfreundin Dr. Nadja dazu die dreckigsten arbeiten in meinem imperium zu verrichten und sonst ich glaube inzwischen gefällt es mir und zwar sehr Hä? Was ist jetzt so? Hä? Wo waren wir jetzt gerade eigentlich? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, ein bisschen strange Weißt du jetzt wo diese propagandasendungen aufgehört haben? Fehlen sie mir! Ich muss verrückt geworden sein! Woa! Alter! Der Das war jetzt gerade ein Kripp. Oh, stopp. Komm mal. Wo ist Setu ja nicht was ich machen sollte? Ja, alle klar. Kommt auch. Ja, da kommt ja der. Liste. Was ist denn mit euch? Aua. Uuuuhuhu. Uuuuhuhu. Uuuuhuhuuuhu. wenn man nicht überspringen und eine dealerin und nichts anderes ich bin wie pagan weil ich eine vision für kürat habe ich versuche nur uns aus deinem dritten welt zu ziehen das ist unsere geschichte unsere kultur unsere tradition tradition zum beispiel kleine mädchen verheiraten ist es das ist das dein großer plan für badra du es doch tue es einfach zeig was für ein mann du bist ich rechtfertige mich nicht jetzt ist nur dran immerhin da sind wir uns einig sie hatte gar keine wahl pagan hat nur dazu gezwungen er hatte ihre familie und wie viele familien hat sie getötet um ihre zu retten es ist egal warum sie es getan hat sie muss bezahlen wie jeder andere auch ich entscheide was mit nur passiert so was muss ich jetzt machen den boden erschließen aber warte mal dann machen wir mal jetzt einfach das ist jetzt nur einmal jetzt so 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 in der Arena zu kämpfen. Namaste. Wir wollen uns an der Kämpfer. Das ist nicht fair. Die Türen sind von Wannikamier. Was darf man denn? Wann du willst dich, sprich? Hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Wann? Äh. Ich soll den Meishof kommen. Ach, Mann ey. Nee, das geht nicht. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, danke. Komische Warnschmeister, aber okay. Hi. Halt dich von den Arenen fern. Mach doch lieber einen Töpferkurs. Das ist eher dein Ding. Alter, was ist denn mit ruhig? Wirst du, ich versuche hier euren Arsch zu retten. Hast du hier ein Ansteigen geblieben? Jetzt müssen wir es feitern. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Ich weiß nicht, ob du das Zeug für die Arena hast. Hilf doch lieber den anderen Kämpfern bei der Vorbereitung. Was? 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 Was schon wieder? Was? So, gut, haben wir auch ein Weg gefunden. Fällt du ja nicht auf. So, jetzt ist jetzt die Frage. Ei, 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 alles her. Nächste. Ah, ok. Also. So, gut. Komm, komm. Immer mal in den Backstage-Brech. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich könnte vielleicht noch nie mitnehmen können. Ich höre eure Rufe und gebe euch meine Leidwarte. Eine final los. Die sind geschmeid. Die sind an. Die sind der Tod. Wo sie denn? Nach wie vor. Halt! Den Forderstein! Vielleicht sind die nicht nur mit dem Klo-Roll. Okay. Halt! 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 Noch mehr Tiere lohn! Ein Flieger! Hat er einen Flieger oder einen Flieger? Kontrollraum! Jetzt! Da ist jemand im Kontrollraum! Komm schon! Kommt! Sichert den Kontrollraum! Er kann da nicht ewig drin bleiben! Holt ihn! Jetzt im Kontrollraum! Ja, lauf nur! Heute werdet ihr sterben, ihr Dreck-Säue! Ich seh' dich, Gehe! Ich bin echt verschwunden! Ich bin echt verschwunden! Nieren, kommst du durch, Darche? Ja, verstand! Keine Angst, Galle! Opeggio! Na los! Sie ist weiter! AJ! Das ist AJ! Unterwegs! Schnell! Kocht! Ja, was ich hier? Wir können nicht schien! Schauen wir uns! Konzentriert euch! Ja, die Granaten! So, nicht. Oh Gott. So. Wir hatten einen Plan. Oder schickst du mir irgendwelche Wachen zu mir? So, was macht er denn hier? So, zack. Hm, hab dich durchsucht, gut. Ihr habt ja Munition, hab ja nicht gerade viel bei, wa? Echt geiler Backstageballer, ich muss nicht sagen. Hm. Los geht's! Ach, schneller! Ja. Ja. Ja, mein Hut! Ich mach dich! Fertig! Windschuss! Galle! Bleib stehen! Abschaum! Abschaum! Du bist abschaum. Hey! Okay. So, dann müssen wir erstmal etwas suchen hier. Ich mach hier nur meine Arbeit. Mehr mache ich für nicht. Eine Menge Druck noch draußen. Da ist ja nicht mehr. Aber warum? Ja. 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 Ja, es passt. Das ist ein Schuss. Ach, hier sind wir, glaube ich, langgekommen, wa? Ich glaube, ja. Nova töten oder zur Rede stellen? Komm, wir stellen sie erst mal zur Rede und danach vielleicht. Mal gucken. Bürger von Kürat! Ich gab euch Sieger zum Bejubeln und Verlierer zum Verspotten. Doch niemand war so blut, so verzweifelt wie die heutigen Gladiatoren. Aber es wird immer mehr Blut fließen. AJ, wo ist meine Familie? Tut mir leid, Noah. Nein! Nein! Tut mir echt leid. Tut mir leid. Pagan ließ sie töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete? Von allem, was ich tat? Zehn, was ihr wollt? Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Deinem Blut. Meiner. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut? Hier! Auch! Alter! Da habt ihr's! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei. Alter! Da! Gut, töten brauchten wir also nicht. Sie hat dich selbst umgebracht. Boah, wie ist es hin drauf gewesen? Stimmt es? Ist nur tot! Ist tot! Nur ist tot! Nein, sie können nicht tot sein! Was ist da drin passiert? Sagt es uns! Wird die Spiele weitergehen? Wie ist sie gestorben? Zeit und viel Leiche! Zwei weniger! Alter! Gut. Bis jetzt haben wir erstmal keine Missionen mehr. Deswegen würde ich sagen, dann werde ich mal... ...Jogi und Reggie mal wieder besuchen. Hahahaha! Jo, danke! Ich weiß nicht, ob du das treuern kannst. Ja, ich bezeugt mir immer in der Art und die Wege. Sag mal her, was haben wir denn hier schon wieder? Was was gekorfen? so haben wir ein bisschen was vielen dank bis bald winke winke so warte mal, kann man was herstellen? nö, kann ich nicht herstellen da fehlt uns eins ähm ach da fehlt... oh gottes will, wie viel so eine Schnee-Lupan müssen wir... halt gleich gut, wenn... mh, halt da du hast die Hälfte verstanden, was du gesagt hast du hast es zu sehen du hast du gesagt hast du hast du nicht du hast dich den du hast du gesen du hast du gestorben hast du Sorgen kein Okay. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Oh, okay. Damage. So. Punches. Wollt ihr vielleicht mal ein paar Züge?